Das ist eine Selbstmordgrube, ganz einfach. Das Lila hat ja auch bei ihm was zu sagen, aber ich darf ja nicht. Nee. Unmoralisch. Ich baue jetzt eine Suizidgrube. Ja, Andy ist da. Andy kommt zu Besuch. Hey, Suizid. Ups, jetzt werde ich da beinahe rausgesprungen. Dabei will ich doch noch weiterleben. Ich bemerke aber gerade, dass ich aus meiner Suizid-Etage hier gar nicht mehr rauskommen werde. Das ist ungünstig, sagst du. Aber ich werde mich umbringen. Aber ich kann dir noch eine Axt hinterher schmeißen. Das wäre vielleicht ganz gut, oder? Was ist hier passiert? Wo bist denn du? Ich habe mich also... Warum nur offen da die ganzen Doktores rum? Da hinten? Weiß ich nicht, aber ich bin hier in irgendeiner Mine gelandet. Oh, Gott. Ich bin in einer Ausgeleuchteten, also war ich das nicht. Was macht der denn da? Ah! Geil, ey, was war das denn? Endlich habe ich ein Schwert. Ach, Rodrigo, die Testperson für die Suizid-Höhle. Ja, jetzt kann ich sie wieder schließen. Ziel erreicht. Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Was? Toll. Sehr schön. Warum hast du das Ding da hingebaut? Das war nicht nett. Weil gut. Toll, jetzt laufen hier lauter Skelette rum. Au! Jetzt habe ich bestimmt einen Arsch stecken. Ne, im Kopf. Mitten im Kopf. Aua. Wie geil. Durch die Tür geschossen. Sag mal, wie kann ich das sagen? Die Heckenpfebs. Oh, wie geil. Schürtbar. Ah, das sah gut aus. Ich wollte gerade zum Schwert greifen. Irgendwie habe ich keins mehr. Ist ja komisch, ne? Ich weiß nicht, wo das sein könnte, das Schwert. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ich wusste echt kein Ort dieser Welt, wo der sein könnte. Der Schwert. Der Schwert, mhm. Kein Eisen, kein Nix. Nix hat er. Nix. Nix. Ja, nix. Sag mal, sind da die Schuhe noch da unten? Oder hattest du keine Schuhe? Doch. Da ist bestimmt noch was unten. Ich brauche mir so ein Kack-Steinschwert, ey. Ich glaube sogar, der ist noch die ganze Ringo unten. Ja. Spring doch mal runter! Ich habe das Loch wieder zugemacht, weil ich mit deinen Sachen nach oben wollte. Ah, Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Zustände sind das hier. Ach, lost of you. Doch nicht zur Börse, PZ. Aber es ist eine gute Seite, das muss man sagen. Barfrau, ich hätte noch gerne ein Getränk. Kannst du froh sein, dass ich PVP auslässe? Ja. Du aber auch. Ich habe eine halbe Eisenrüstung und ein Stahlschwert. Eisenschwert. Mein lieber Freund und Bogenküßer. So. Was? Ach ja, übrigens, ich stoße mir den Kopf nicht mehr. Ich bin jetzt reich an Erfahrung. Und du hüpfst wieder fröhlich an mir rum. Gott, ist das bescheuert. Ja, eigentlich schon, ne? Ich gehe wie so ein altes Ehepaar, ich liege daneben dir so, weißt du? Mit einer Mauer dazwischen am besten. Natürlich. Kann ich die Mauer über dir nicht? Echt? Was hast du mit der Mauer gemacht? Die ist weg. Die ist kaputt gemacht. Gar nicht. Es fällt dir nur so ein. Er auf. So ganz nur bei. Ein, auf, über, unter, neben, her, bei. Hoch, runter, links, rechts. Weißt du doch. Wie das so ist. Vorwärts, rückwärts, tralala. Xing, Xing, Xing. So. Xing, Xing, Xing. Bist du dir sicher? Ja. So, ich würde sagen, zehn Minuten haben wir noch. Fällt dir noch ein Blödsinn ein? Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ach so. Jetzt reißt er das ganze Haus wieder ab. Nein, nachdem ich ja gerade eben hinterher was aus der Tür erschossen wurde. Baut er sich jetzt die Tür richtig? Ah, guck mal. Upgrade, Tanner. Aber es ist hier oben noch nicht so geil, weißt du? Tanner steigt noch hoch. Du kannst nichts sagen, du hast immerhin schon Leuchtfeuer, wa? Ja, ja, ja. Ja, das ist das Luxus-Pennerleben. Weißt du, ich kenne ja manche Leute, ne, die sind undankbar. Wie so undankbare halt. Die wissen sowas gar nicht mehr zu schätzen. Und ich komme hier mit ein paar Bäumen aus, ne. Das ist... Ja, 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 ja. Ich verstehe die Problematik. Ich labere wieder total. Ich labere wieder total. Warum ist ja eigentlich so viel lila, ey? Das ist ja unfassbar. Ich weiß nicht, aber niederes Volk, bitte erhebt euren Kopf. Kopf, was? Wo ist er? Niederes Volk, andere Richtung. Und ein bisschen höher. Und nein, du darfst hier nicht hoch. Niederes Volk, aus. Was? Aber und so. Ja, natürlich. Ihr bekommt milde Gaben. Wenn ich jetzt könnte, würde ich die Hose noch runterziehen. Ah, ich habe Dreck. Ich habe endlich Dreck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wie kann ich ihnen nur danken. Oh, ich laufe direkt durch die Gegend schön. Wuhu. Ja. Das hat er jetzt gar nicht gesehen. Nee, 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 nee. Terroristische Terroristen terrorisieren Touristen. Derp. Kannst dich ja hochbauen. Hm. Brauche ich gar nicht, hier ist ein Leiter, guck mal. Das ist keine Leiter, das ist eine Treppe. Leiter, Treppe, alles dasselbe, Rotz. Au! Du, du kannst es. Du bist die beste Minecraft-Spielerin, die ich hier in meinem Leben sehen durfte. Ja, kannst mal sehen, wa? Unglaublich. Also, ich möchte weinen. Ich bin einfach die Geilste, ne? Ich bin die Geilste. Kannst nichts zu sagen. Nein, nein, nein. Ja, was? Du baust Dreck, ich baue hier ab. Ups. Ups. Aber Herr und Gebieter. Oh, oh, oh. Ich habe übrigens, komm mal mit, komm mal mit. Ich habe was. Wenn ich jetzt unterstringe, bin ich tot. Das ist mir wurscht. Nun komm doch mal runter da. Von deinem hohen Ross. Ja, kann ich nicht. Heute sind sehr wenige da. Stimmt, das sind nur acht Leute gerade, ne? Mhm. Wenn wir wieder Karaoke machen, dann sind es wieder mehr. Oh je. So, mitkommen. Was, was, was willst du von mir? Komm mal mit. Ich versuch's ja. Du pass auf, ich zeige. Nächstes Mal machst du mit drei Karaoke. Gleich und sing, Schützelein. Ist er da? Ja. Ich habe aber nur hundert Punkte bekommen. So, guck mal. Du stellst dich jetzt hier her, ne? Hier stellst du dich vor. Stell dich da vor. Da stell ich mich vor. Ja, vor den Käfig. Ich stelle mich vor diesen Käfig. Käfig, okay. Äh. Da gehörst du rein. Ach. Er versteht das gar nicht. Du stellst noch so eine Stange an, der du tanzen kannst. Ja, ja, genau. Aber es ging schlecht. Ja, das geht schon. Los! Tanz mehr, tanz besser, tanz schneller. Tanz in der König der Laune, ne? Genau. Tanz und genieße es. Genieße mehr, los! Warum genießt du nicht? Genieße, genieße, los! Äh, die Stimme. Hilfe! Ah! Ganz schön auf dem Hals, diese Stimme. Ja. So. Na, nö. Weil ich meine, ich so, 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 so doll verändern kann. So permanent von 1 auf 0. Quasen. Reicht. Ja. So richtig. Ja. Richtig krass. Guck, ich kann nicht machen mit meinen Stimmen. Danke, Nightbot. Ich bin grad vercreepy. Sorry, Oreo. Tut mir leid. Oh, das war niedlich. Aber gar nie niedlich. Doch. Was? Das meine ich. Ich bin grad total, wo knuffe ich und so. Ich werd nie so eine Stimme hinbekommen. Mein Hals wird davon kaputt gehen. Warte, wie hochkomme ich? Warte. Hallo, Kinder. Ah, wie geil. Wollt ihr mal was sehen? Ich kann euch einen echten Hasen zeigen. Das wollte ich grad sagen. Ihr müsst nur mit mir mitkommen. Ich zeig euch etwas Schönes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr müsst nur die Augen zumachen, Kinderlein. Sie haben ja schon ein Tag gesehen. Ich bin nicht so nett. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Äh, ja. Hä? Oh Gott. Ach ja. Belassen wir es bitte dabei. Ich hab so vieles Geübt da drin. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Jetzt hör ich wirklich auf. Mann! Oh, scheiße. Ich hab eine Rika im Steam, ja. Unter anderem. So. Ich hab... Aua! Oh, einst war ich... Einst war ich ein Reisender wie ihr. Leise, sei leise. Und dann bekam ich ein Pfeil ins Knie. Nein, den Spruch machst du jetzt nicht. Ich komm hier. Och, ich will wieder streamen können. Unbedingt. Oh, ich vermiss das richtig. Du streamst doch praktisch schon. Ja, ich streame praktisch, aber ich kann nicht praktisch streamen. Weißt du? Ja. Aber, äh...